Ich habe Glück gehabt, weil ich habe zwei Fernsehenshows mit Reinhard gemacht in den 90er Jahren. So Reinhards Musik begleitet mich seit ich in Wien bin, 1987 oder so, weil ich hier war für Cats. Das ist schön, dass sie kennt diese Musik. Wir wirklich, kind of, take it to another height in a lot of different areas, but always trying to keep the original meaning of Reinhard's song and what it means. I look at it like a Broadway musical. You really break it down, what needs to be done, each song, where the dance break should go in. It's not a typical, I wouldn't say it's a typical Austrian show. It's going to be an kind of an international feel to it. We just happen to be speaking dialect, and the dialect brings so much warmth to the Stück, wirklich, so viel tiefe. Even when it's funny, the tiefe ist drin, and it's really interesting. The workshops, wir waren sehr ambitious, you know, wir haben nicht gedacht, was machen wir? Sollen wir nicht so viel Tanz machen oder, und wir haben, really, dance breaks, big songs, big production numbers. So, I think what the audience can expect is a super lebendig review with a love story in there, and I think you'll really see how vielfältig that our cast is, just from the higher anspruch für Tanz, Sing und Schauspiel, is really hoch in dieser Stück, so hoffentlich die Publikum wird das sehen. Vielen Dank!